Kommen Sie auf die Insel Ihrer Träume. Mal so richtig ausspannen. Schön den Kopf freimachen. Genießen Sie Bombenwetter. Auf der Insel der Verdammten. Das Animationsteam ist eine Meute blutgieriger Reicher. Die hier den ultimativen Kick suchen. Menschenjagd. Auf der Insel der Verdammten. Gibt es exotisches Beutetier? Sie. Auf der Insel der Verdammten. Urlauben Sie natürlich all inclusive. Haben wir wirklich eine Chance? Aber sicher, wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es. Bei Spaß, Spiel und Spannung. Du musst trainieren kleiner oder willst du bei der nächsten Jagd weggepustet werden? Ist nicht nur der Preis Eis. Diese Reise kostet Sie allerhöchstens den Kopf. Das Einzige, was Sie in unserem Urlaubsparadies tun müssen, ist überleben. Und das sagen einige unserer zufriedenen Kunden. Nein, nein. Buchen Sie also noch heute Ihren Trip auf die Insel der Verdammten. Erleben Sie die schönste Zeit des Jahres gemeinsam in einem Paradies voller Grausamkeit, Reueltaten und Großwildjägern, die nur ihr Bestes wollen. Ihr Leben. Insel der Verdammten. Zum Sterben schön.